Musik Musik Für viele Leute ist das Fotografieren fast noch schöner als die Ferien selber. Darum gibt es den Coop-Fotoservice, der schaut, dass man die Fotos hat, bevor die Ferien schon wieder vergessen sind. Noch während rundherum alles schläft, treffen Bestellungen aus den Coop-Läden in Fotolabor ein. Dort werden sie sortiert, die Filme entwickelt und montiert, die verschiedenen Papierformaten und Qualitäten beleuchtet und die Tausenden von Ferienerinnerungen auf der Kopie festgehalten. Bevor sie nach einer genauen Kontrolle normalerweise noch am gleichen Tag zurück in die Coop-Lädengeschichte werden. Wir vom Coop-Fotoservice machen jeden Tag einen Kopfstand für Sie. Grüezi miteinander. Rippli mit Herdöpfelsalat und gemischtem Salat. Normalerweise hat es in dem lustigen Gericht viel verstecktes Fett, vor allem in der Salatsoße. Dass man die traditionellen, fettreichen Zutaten wie Öl und Mayonnaise anbrauch kann durch Magerie ersetzen, werden Sie im Laufe dieses Rezept feststellen. Die geschwellten und gescheibleten Herdöpfel übergießen ich zum Beispiel mit Bouillon übergießen. So braucht es weniger Salatsoße. Für die eigentliche Soße verrühre ich einen halben Becher Naturjoghurt mit nur einem Esslöffel Mayonnaise. Es kann auch Fitnessmayonnaise sein. Dazu kommen drei Esslöffel Essig, einen halben Dezilliter Halbrahm und frische Kräutchen. Zu jeder Mahlzeit gehört auch frisches Gemüse oder ein Salat. Bei den Salatsaucen vom gemischtem Salat ersetze ich zum Beispiel ein Teil vom Öl durch sauren Halbrahm und reduziere so das Fett. Wenn Sie diese Zutaten genau abmessen und vielleicht beim Rippli noch das Fett wegschneiden, kommen Sie auch bei diesem doch recht wehrschaften Gericht nicht auf viele Kalorien. Alle Angaben stehen wie immer in der Coop-Zeitung und im Teletext. Und ich wünsche Ihnen viel für Genüge beim Kalorien sparen. Die schönen Textar-Kinder-Jeans gibt es bei Coop für nur 17 Franken. Und bis am nächsten Dienstag offeriert Ihnen Coop 100 Gramm Rippli geräuchert, offen oder vakuumverpackt für nur 32. Und jede Dose San Marzano italienische Tomaten für nur 60 Krabben. Und morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop und Genta-Herrtöpfel in der Tragtasche noch 2,5 Kilogramm für nur 2,30. Und wiedersehen!